hallo ich bin der stärkste ich bin der aller stärkste und hat sich einfach wieder hochgedrückt der schlawiner und das auch mit dem kräftigen gäbe da hat er freitag ordentlich was an verunsicherung reintreten können bestimmt auch die ein oder anderen in vielleicht eine short absicherung getrieben noch ein short kurz vom wehrende dann rein von der lage sozusagen ja auch gar nicht abwegig gewesen ja risiko nach unten war hier auf jeden fall fortgeschritten da ja auch noch die 200 fehlte nutzte einfach mal die gunst der stunde und sticht nach oben wir hatten gestern gesagt dass wir oder dass ich grundsätzlich eben aufgrund dieser wieder übermäßig großen schwarzen wochenkerze oder oder der schwarzen wochenkerze sondern der negativen wochenkerze der übermäßig negativen wochenkerze davon ausgehen würde dass das eben wieder nicht nachhaltig wird wir erinnern uns das haben wir hier unten eben auch gesagt nach der tages kerze nun gab es da viel geschimpfte deswegen hatte ich gesagt ein bisschen nach ne ich pass bis alt nein ich hätte das auch so gesagt wenn es hier kein geschimpfe gibt es war ja auch berechtigt hat er wirklich noch mal dampf abgelassen ja ja ohne ohne frage ich hätte den in egal was hier links gewesen wäre auch nach der bewegung montag durchaus noch ein bisschen luft nach unten gegeben das heißt wenn ich das so mache machen das auch andere analysten wenn das andere anders machen machen die großen jungs das genauso da wurden einige jetzt in absicherung reingezwungen die sich jetzt für diese unwohl anfühlt und das können uns im dienstag auch noch ein bisschen nach oben springen lassen ja das sollte man einfach hier jetzt auf dem radar haben das sind jetzt heute überrascht worden dolle überrascht worden die vielleicht sogar handlungsunfähig ein bisschen waren es gab auch einige probleme früh viele konnten nicht handeln wir haben vielleicht uns doch bloß gar nicht reingekriegt oder wie auch immer sitzen da jetzt in einem short und das kann jetzt wehtun und da könnte er zum dienstag jetzt noch ein bisschen nach oben stechen die so ein bisschen zappeln lassen und dann geht er bestimmt noch mal eindrehen und das sogar vielleicht das gap klosen hat er gestern so gesagt dass ich mir eine doji woher ganz gut vorstellen könnte also oben einmal rumschrammeln unten einmal rumschrammeln ja vielleicht machte hier noch irgendwie so die 530 voll stößt sich runter aber an sich ist 470 das ist schon er hat schon ein super niveau um wegzudrehen er ist noch nicht weggedreht er müsste 244 zurückfallen und dann kann der im grunde auch locker sogar noch mal unter dieses gap drunter fallen ja also die 300 260 das darf man sich jetzt hier so als großes ziel für diejenigen die ja gerne jetzt bock auf short haben so eine 360 jetzt ein großes ziel und dann unten die 201 85 eben auch noch die er da ausgelassen hat der muss plus eben nach unten antriggern er muss unten reinsetzen und das hat er nicht und wir haben hier gesagt für den montag wenn er nach 930 nach zehn tages hochs macht wäre das indikativ für eine erholung rein in die 420 und 470 das haben wir gesehen genau das haben wir gesehen da ist nicht einmal irgendwie noch mal auf ein neues tages tief gedreht worden und damit polischer tag polische vorlage chance nach oben da gewesen chance nach oben genutzt so muss man es betrachten was er jetzt gemacht hat und so wird es zum dienstag eben auch wieder ran gehen hier könnten wir jetzt die kante unten auf die 440 ziehen ja geht er da drunter drückt sich tiefer auch bis in den gap plus und eben tiefer und oben vielleicht mal ein bisschen genauer bei einer 530 da hingucken nicht dass er sich dann einfach wieder nach unten weg stößt aber sind leute überrascht worden also das das fieseste und tagstypisch was er machen könnte wäre sogar noch gleich eine luzi drüber zu stellen in die keine ahnung 18 700 rein könnte sogar hier oben irgendwie wieder in der mitte also richtig miss wie mir sich hier unten und dann von dort noch mal nach unten ziehen neues wochentief dann gegen ende der woche noch mal rein und wieder zurück als plant hier mal wirklich noch ein bisschen geschrubbe ein das ist nicht ganz groß was er hier gemacht hat ja also versucht jetzt hier leute abzuschütteln da kann schon ein bisschen der große verfall jetzt im spiel sein mit der kurse september verfall den wir uns nähern da kann schon so ein bisschen dahin gehen dass man hier versucht zu manipulieren die die leute so ein bisschen in die falsche richtung zu drücken und das sieht man aber in der regel dann aber auch auf beiden seiten ja dieses in und her geschubst und von daher lasst ihr ein bisschen machen begrenzt euch nicht zu viel von wegen der kann und darf nicht und so sondern klar abgrenzen bereiche setzen darunter so darüber so und wenn dann ja also wir eben klar vorlage nach oben gewesen klare long vorlage gibt es ganz ehrlich zu für mich nichts wo ich gerne long gehandelt hätte hier drin ja aber er hat es halt wahrgenommen es ist keine short vorlage gewesen in keinem der punkte halt außer vielleicht an den 420 470 die roten stundenkarten die man hätte probieren können aber bleibt der versuch versuch sauber zu bleiben wie sagt oben 530 noch mal schöne stelle um abzudrehen ansonsten wenn er die leute raushalten will die überrascht hat dann muss das schon fast über eine 600 700 auch drüber gehen ja dann könnt ihr sich am dienstag vorlegen die mittwoch rausschmeißen komplett wieder umkippen donnerstag ein neues wochentief setzen freitag wieder nach oben zurück in die mitte auf start und fertig fertig wäre eine fast perfekte woche für den dax im voll verarschungsmodus kurz vorm verfall ja von daher 600 und 700 sind oben die wichtigen ziele 530 ganz wichtig hingucken unten 440 als signalgeber für tieferes gäbe dann hier 300 260 als hauptziel und eben dann 201 85 dann können wir es eigentlich so stehen lassen ja und versuch sich wirklich auf beides ein bisschen einzustellen versuch da nicht so fix im kopf zu sein das jetzt das ein oder andere unbedingt muss es ist halt wir nähern uns im us-wahlkampf wir nähern uns us-wahl sind im schwachen quartal das ist halt jetzt ein ziehen und wirken und auch ganz natürlich für diese für diese jahres oder für diese saisonalität in diesem sinne ja also wenn man sich statistische us-wahl pattern anguckt macht der dax eigentlich jetzt nichts ungewöhnliches ja und von da lasst ihn das machen gönnt ihm das gebt ihnen ein bisschen raum und versucht da nicht zu sterben ja und ansonsten macht die positionsgröße ein bisschen kleiner als der bloß dafür ein bisschen größer und versucht einfach aus diesem getrickse ein bisschen was raus und er probiert das bisschen zu riechen ja dass er dass er einfach die leute fort und hier wie gesagt wer es jetzt an der reihe eben da jetzt die unteren hier unten die eingedreht hat müsste es jetzt noch auf der anderen seite probieren ja und lassen wir mal kommen gucken mal was daraus macht und dann und dann haben wir einfach in die fresse gut ja gut ich mache aus wünsche euch spaß viel erfolg gutes gelegen hören uns morgen wieder bis dann tschüss und dann haben wir einfach in die fresse gut gemacht und dann haben wir einfach in die Vielen Dank.